Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen Kaminofen bist, der nicht nur Wärme spendet, sondern auch optisch ein echtes Highlight ist, dann bist du hier genau richtig. Heute präsentiere ich dir 5 Kaminöfen, die durch Leistung, Design und Effizienz überzeugen. Jeder dieser Öfen bietet besondere Vorteile, die sie zu einem idealen Begleiter für kalte Tage machen. Schau dir gerne die tagesaktuellen Preise, Kundenbewertungen und weitere Infos über die Links in der Videobeschreibung an. Der erste Kaminofen auf unserer Liste ist der Pro Thermo Lava Basic. Dieser Ofen punktet mit einem zeitlosen Design und robustem Aufbau, perfekt für alle, die Wert auf eine langlebige und pflegeleichte Wärmequelle legen. Der Lava Basic besticht durch seine effiziente Brenntechnik und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Er hat ein praktisches Sichtfenster, durch das du das gemütliche Flammenspiel stets im Blick hast. Die solide Bauweise und hochwertige Materialien machen ihn besonders hitzebeständig und sicher im Betrieb. Egal ob für ein modernes Wohnambiente oder einen rustikalen Raum, dieser Kaminofen passt sich jedem Stil an und sorgt für eine behagliche Atmosphäre. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zum Thermia München V3. Dieser Ofen bietet nicht nur eine leistungsstarke Heizfunktion, sondern auch ein modernes Design, das jeden Raum aufwertet. Mit seiner hohen Wärmeleistung eignet sich der München V3 besonders gut für größere Räume, die effizient beheizt werden sollen. Durch seine innovative Luftzufuhrsteuerung sorgt dieser Kaminofen für eine saubere und umweltschonende Verbrennung, was nicht nur die Luftqualität im Raum, sondern auch die Effizienz steigert. Ein besonderes Highlight ist das große Sichtfenster, das für eine ideale Sicht auf die Flammen sorgt und eine gemütliche Atmosphäre schafft. Der München V3 ist einfach zu bedienen und besonders pflegeleicht. Ideal für alle, die eine unkomplizierte Lösung suchen. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes haben wir den Thermia München XL. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich hierbei um die größere Version des München V3 und ist perfekt für diejenigen, die noch mehr Heizleistung benötigen. Mit seiner robusten Bauweise und den hochwertigen Materialien ist der München XL ein Ofen, der jahrelang zuverlässig Wärme spendet. Er verfügt über eine extra große Brennkammer, die es ermöglicht, auch größere Holzscheite zu verbrennen. Die innovative Verbrennungstechnik sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine langanhaltende Wärmespeicherung. Ein besonderes Merkmal ist die automatische Luftregulierung, die die Verbrennung optimiert und den Brennstoffverbrauch senkt. Mit diesem Kaminofen hast du immer eine gleichbleibend angenehme Temperatur im Raum. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Unser nächster Kandidat ist der Apex Pelletofen. Dieser Ofen ist besonders für alle interessant, die eine umweltfreundliche und sparsame Alternative zum klassischen Holzofen suchen. Der Apex Pelletofen arbeitet mit Pellets und ist vollautomatisch steuerbar. Das bedeutet, dass du ihn bequem programmieren kannst, um zu bestimmten Zeiten den Raum aufzuheizen, ohne dass du ständig nachlegen musst. Zudem ist er besonders effizient, da Pellets sehr gut verbrennen und eine hohe Heizleistung bieten. Der Apex Pelletofen ist ideal für moderne Haushalte, die Wert auf Komfort und eine umweltbewusste Heizlösung legen. Die Bedienung ist denkbar einfach und durch die automatische Zufuhr musst du dir keine Gedanken um die ständige Holzbeschaffung machen. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Zum Schluss haben wir noch den H&M EVO 3 0XL. Dieser Kaminofen ist eine wahre Kraftmaschine und besonders für große Räume oder sogar kleine Häuser geeignet. Mit seinem modernen Design und der leistungsstarken Heiztechnik bringt der EVO 3 0XL nicht nur wohlige Wärme, sondern auch Stil in dein Zuhause. Die große Sichtscheibe lässt dich das lodernde Feuer in vollen Zügen genießen und schafft eine besonders gemütliche Atmosphäre. Ein besonderes Merkmal dieses Modells ist seine Luftvorwärmung, die für eine besonders saubere Verbrennung sorgt. Der EVO 3 0XL überzeugt durch einfache Bedienung und eine sehr robuste Verarbeitung, die ihn besonders langlebig macht. Wenn du auf der Suche nach einem Kaminofen bist, der auch bei intensiver Nutzung über viele Jahre hinweg zuverlässig ist, dann ist der H&M EVO 3 0XL genau das Richtige für dich. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung.